Yo, friends, wir machen heute Spaghetti-Kürbis. Ja, ihr habt richtig gehört. Damit herzlich willkommen bei Mania Cania. Zuerst habe ich den ganzen Kürbis halbiert und dann entkehren. Das Ganze kommt in der Schüssel dann für sieben Minuten bei 700 Watt in die Mikrowelle. In der Zwischenzeit habe ich dann vegetarische Bolognese warm gemacht und gewartet. Nach sieben Minuten sollte sich das Ganze super einfach lösen können. Ich habe meine Bolognese dann einfach da reingetan und jetzt machen wir den Taste-Test. Und Leute, es schmeckt einfach nach Kartoffeln. So lecker macht das unbedingt nach.